Ich geh den raus von den Wolken sehen, wie das Galaxie in so einem Raum ausgesehen. Der Tisch. Du gehst den ganzen Helle-Wulfen-Kontinue. Ich kann nicht nachher in eine andere Weise. Den löscht zum Beispiel die Banshee vorne. Ich muss nur gucken, die dann raussehen. Ja, ich kann das verschwollen. Wenn der Löwen kam, dass der Rewe kommt, Möner ist da noch Gedanken gemacht. Der Gere ginge weisen, dass der den die Sachen da, wie er, auch in der normalen Welt kann benutzen an ihrem Schulalltag. Guckt, wenn der Schüler so ging und macht mir ein kleines Referat über Robotik, dann könnte er den Kug benutzen, für das zu machen. Und dann ist es ja interessant, wie sich das berät bis jetzt. So gucken wir aber auch vielleicht, wie dann... Oder ein Kardanzen zu lassen. Oder wenn er sich Gedanken zum Beispiel darüber möchte, wer ist das Schwierkraut du machst, was ihm liegt, wie springt ein Astronaut du machst. Oder wenn er Informationen über das Spirit will vermitteln, also in einem Referat, da kann er Infos abblenden. Kann er sich dann im Detail aufschauen, wie es dann immer wie groß geht und zum Schluss wird er das Recht dann. Und dann ist es auch schon so schön. Und da kann ich so gut dort machen, was viele Leute dann nicht so gerne machen. Das kennt ihn dann so recht theoretisch. Dann hört er ihn selbst recht tun, da kann ich ihn irgendwie sexuell. Das ist der Verkauf von der Rothschule. Der Wow-Effekt für das, was können nur an der Grappe holen und dann muss ich den dann in der Transition mal in der Kontinue selber. Das ist am Fung quote, wie die Kinder dafür für den Wow-Effekt benutzen, für 2-3-4-3-3-4-5-4-4-5-5-5-6-5-5-5-6-5-7-6-6-7-6-7-7-6-4-6. Die nächste Etappe ist in der Küre-Potest. Und hier sieht man auch aus Bekauf. Hier wird erklärt, wen wir die Tier stellen. Und dann sollen sie nächstes auch stacheln. Ist die EU allein gut? Eine Hälfte. Bei der Corona-Zeiten ist es nicht so easy. Ja. Bei digitalen. Ach, das niederzähl ich dir uns. Okay. 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 So, hier ist die Szene mit dem Roboter. Wir müssen die verschiedenen Objekte auf die verschiedenen Fahne des Küb. Und wenn wir den Roboter auf die Bauten aufwenden, kann man es mit zwei Prinzipien machen. Das ist der Prinzip für die Studie. Das ist die Blockchain, wie Lego Mindstorms. Wir nehmen sie ein ein, der andere. Aber man kann auch, wenn man es will, das ist ein Skript. Okay. Das ist die Javascript. Okay. 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 Ja. Dann möchte ich einen dem Bait in der CC. Und ich kann einfach dem Bait programmieren. Weil nach Doktor habe ich auf verschiedene Niederlage. Und dann nehme ich so. Und so und so. Und so viel rüttt die Zeug aus und drehen dich und. Oder was auch immer. Ich habe es dann schnell gemacht. Mal gucken, ob es hier klappt. Also drehen, das ist genau wie ich orientiere das. Für die Zeit kein Blut. Blut, aber der kann es nicht auch orientieren. Ok, dann probieren wir mal rein. Dann kommen wir jetzt in die Wort. Dann kommen wir auf, wo geht es nicht rein und dann geht es weiter. Der ist eine neue Geschichte. Dann haben wir die Gebiet-Karte gemacht. Dann gehen wir ab, wo geht es nicht ab, wenn es so drin ist. Wir müssen die Verbindung, die die Musik in der Schule haben. Wir müssen die Ding-Luf oder die Karte auch gucken. Dann haben wir die Einzelne, die wir besuchen. Das ist das Fische. Der Weg geht, dass der Weg geht. Wir wollen die Einzelne, die wir mit dem Weg gehen, der wir schützen können und dann alles schützen. Das ist schon 100 Stunden von Französisch und 100 Stunden von Französisch. Das ist auch in dir davon.